Guten Tag liebe Besucher, herzlich willkommen bei eVital Schuhe in Neuss Emotex. Mein Name ist Davide Vitale und bin ich der Designer für den Brand Eilauf Biotini Schuhe. Ich möchte mit diesem Video ein paar Schritte zeigen, wie immer Schuhe gebaut werden und wünsche ich Ihnen mal viel Spaß bei Zinni. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.